hallo dass sie kommt zulässer mein Kraft Euro Minecraft er hat mein Kraft sei Kraft in der Haus Minecraft soll diese Pixel Grafik an bei er die Gio Nettoktel da mit der Arbeit die Euro in der Haus steht auch mal mit Regen in zwei unterwegs Und ich nehme jetzt nicht auf und nur zur Info, äh, die Folge davor, wo ich mir Hornet gekauft habe Da, wo da Tanki abgeschmiert ist, ist auch meine Aufnahme gleichzeitig abgeschmiert Deswegen gibt's die Folge jetzt nicht Meins Meins Kleiner Babo Mein Kill Nö Rette mich, ich hab dich gerettet und was machst du denn? Scheiß Och, jung Jung, weißt du, wo die Gegner-Flag, unsere Flag ist? Ja, die Gegner-Flag ist bei uns Unsere Flag ist am Arsch der Welt Die ist da oben Ha, ich hab sie gefunden Was, ne, hätte ich es nicht gedacht Okay, ist wieder da Alles im Blut Ja, es steht, es ist, n, das ist schlecht für uns Es sieht schlecht aus Fack Ich hab' ich dir nicht getroffen Stirb, mein Freund Ach, da kommt ja noch einer angetoppelt Ha! Treib' ich den im Hintergrund Der wird sich freuen Dort 1, 2, 3, 7 Nein! Ja Mih Im geb'n K K K He Gwen S K B schraub K T определ La S dead TK bei einem Weg von Tietzinger das ist einfach das geistig ich krieg mich immer nicht wieder klappt ich bin da so geil aber manche Leute der Welt Stadt die PQ das da hat er teilt sich die Spräu vom Weizen das wird wirklich meine bei manchen die sieben und bei der die Belegung der Gäste sobald die Säge sie sobald du so weit bei der miene legt die rückwärts gar nicht als alle lehrt ja aber ich meine es gibt dann auch die sieben sobald da rückwärts fährst stehen geblieben gekocht Kelserleiter an nur ihren die sieben mehr das ist auch nur jeden die sieben das sind die sieben wo schon länger länger wie drei Tage Tänke spielen mit die sie da versteht Prozent fiktig feiert und es wird können sie dann wird nachher weich jetzt als Kette rausgeholt hat ja ich kenne das Wort ich bin das Geld in Person aber so ist es das Geld vielleicht wenn du es geht in Person bestellen ist das Geld aber gleich ist diese aufbauenden Worte Arm dran Captain Niveau wir sinken Frauen und Kinder zuerst in die Nussschalen die sinken zuerst ab ja das Niveau der Frauen und Kinder muss noch bewahrt werden es ist noch ein bisschen zu hoch dafür die sinken erst zwei Tage später Schulz das ich hab heute so viel Cola in Tust ja abropos unsere ganze Flasche ganze Flasche ganze Flasche ganze 0,5 Liter Flasche leck mich mal ein Liter Flasche wow ja stolz wie Holz so ein Liter ist dringlich zum Frühstück nicht zum Cola aber von Wasser weg 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 yeah harter Drift ach jaja 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 ach grau nein wieso bleib ich an dieser verfickten eckig ich ja das ist ein scheiß so nah und doch so fern ja 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 Rante und verreckt Alter bei mir Alter wie viel Schiss hält das harter Leck ich vermiss mich tschüss hu hu den hat's ziemlich verrissen würde ich sagen alter Frizi mhm mhm K-Rail und Horn ist schon ganz nice ne äh aber irgendwie lol aber irgendwie lol ja ich hab 30 FPS das seh ich genau so irgendwie lol 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 roffel kommt da ich seh barbie 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 schick bill ich beeile mich mal ein bisschen ich hab ja genügt nito 800 ah what the fuck hast du das gesehen ne ich bin nur gegen diese du kennst doch da äh wo der Tunnel auf der anderen Seite rauskommt das ist warum passiert nur leicht gegen diese Erhöhung von der Mauer und mich hat's auf die Seite gerissen k von der Mauer ja von dieser Mauer die darum gammelt ja also ich hab schon fest gemerkt mit mit der ist schön gemächtlichen alles verzeihbaren Diktator haben wir es jetzt nicht mehr zu tun ich bin hat der ernsthaft gerade meine Flagge eingenommen kann sein ich hab das hat meine verschissene Flagge eingenommen ich hab grad ich hab das das war meine Flagge äh schön gut das war deine Flagge das hat kein Schwanz mehr ähm das ist ja mein äh das hab ich grad gemerkt wenn du durch den Tunnel mit Nitro halsch passiert es ah da war doch schon sie weit passiert es dass willst mich verarschen boah ist das ein scheiß h meine ich sie da mach ihn weg die legte zu 100 Punkte vor mir weil er meine Flagge erobert hat dieser scheiß Mongo wie hat er das geschafft ne ach fick dich Firebird ich hatte grad so ein schönes Spielchen mit voll verarscht Alter Vater Drift links rutsch rechts fahr grad aus rutsch aber trotzdem um die Kurve mal wie war das mal wie war das mal wie war das jetzt selber machen das schon sauer war ne bitch ich hache ich hache ich hache ich hache ich hache oh nimm Fahrt auf scheiß tschüss tschüss oh 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 falsche Richtung bei mir lagts machen die alle in der Base ey ja 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 ach ja und der nimmt dir so verschissene Flagge ein ey ich bin doch immer noch nicht besser wie du Null Kills wer ja du hab ich nur KS 7 sowohl einen Witz weg mit dir das sind acht du blindfisch ich bin neutral so es bin ich positiv und besser wie ein gewisser Argo um zwei Punkte du scheiß Ratte zweirattige Punkte weg mit dir ach noch immer zwei Punkte nix da man schafft ernsthaft ich wollte grad sagen wenn jetzt ein zwei Kästchen Typ die Flagge durch bekommt dann feiere ich aber hart das dann gibt es das mal ein doch geht doch nein ich wusste was ein scheiße ich habe immer noch nicht geschafft meine ja die einzige Flagge die ich wirklich fast durch hatte ja erobert dieser Pisser einfach da er ist ja und das nicht mit das zwei Punkte besser beschwähig erzählen immer besser als du das Naturgesetz August Naturgesetz ich bin 20 Punkte besser als du machte nix machst du nix Digga machst du nix wie war das Naturgesetze kann man doch nochmal die sind einfach gesetzt und besser aus also wie war das wie war das Naturgesetze sind gesetzt und was die sagen Punkt Ausschluss ohne B Schluss und Kummer ja deswegen ist es ja auch so dass ich immer besser als du als Naturgesetzes weiß Bescheid weiß ich Bescheid ich habe gerade ernsthaft gegen so eine scheiß Palme geschossen es ist echt bitter was ist bitter dein Fail oder dein Skill ich habe gerade gegen eine Palme geschossen dieser Strich in der Landschaft war wortwörtlicher Strich das ein mein Name das ist immer noch 100 Punkte besser als ich ja tot Sonne überholt ach der nimmt schon wieder eine Flagge eine wer uns scheinbar ist nur bei uns gehen ich will leider keine okay 26 20 ist in Ordnung ne 14 19 14 19 14 19 das geht ja mal gar nicht hallo nein hab ich dich du scheiß Ratte hab ich dich an den Eiern hab ich dich an den Eiern sch tschö am Training hat fast runtergefallen approxim Loll ich kriegen mündlich wegen Lobigkeit ins Gras gebissen Jaja Jaja 9 9 Köln 6 die beim Flieger hat in der auf 3 ganz schädig außen rum mehr da ist die nächste und und auch da kommt der Tod angetackelt der Tod stirbt jetzt hätte ich ihm nicht den Arsch gerettet wie so viele Male keiner wird für einen dumm Schwätzer alter voller verdammt wie soll ich denn hier über meine Mine? Hey, Zweiter wie soll der erste 1000 Punkte und ich hab nur 500 sie sind 492 nein, oh, komm, da stand noch ne Freeze äh, nein, wieso fährt der nicht über meine, komm, schau, komm, schau wieso fährt der immer? dim 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 Sneaky way, der Sneaky Weg von hinten dim 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 wieso stirbt der nicht? Alter, ich hab Raygan M2, der hat Wasp M1 wieso stirbt der nicht? ich brauch ernsthaft zwei Schüsse für den? hey, was machst denn du da oben? nichts ok nein fuck hättest du wohl gerne gehabt, oder? ja stimmt wieder rum ach, stirbt doch wieso stirbt der nicht? man ich hab krass hier grad Minen und die fahren alle nicht drüber ähhhhhhhhh der Tod hat eine Flagge eingenommen oh, das ist nicht so praktisch jetzt ist der Tod wieder besser als ich der Tod stirbt jetzt weil der Tod einfach scheiße ist weil der Tod halt tot ist, ne versteht sich von selbst was tippst du da so happy? der ARG LP macht ein Double Kill Standard läuft bei dir tja, weil der ARG LP einfach geil ist boh tsch tsch aaaaah miau wau wau tsch ich gönn's dir ja, aber sorry ach, da hat er meine Mine gesehen ach, doch nicht fail, klappen NEEIN fick dich, fick dich, fick dich fick dich ihr hässlichen bitch ah wer hat mich verhohne piepeln frrr oh 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 hiah se** NEEIN aaaaah Fuck schSCH- SCH- 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 gemacht. Du wärst um Schicka um einen Punkt besser gewesen wie ich. Das hat euch nochmal alles getruggerdrapped gegen. Da hab ich jetzt nicht aufgepasst. Ja doch. Geile. Gut, mit diesem schönen Battle sagen wir tschüss und bis in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.